Ah, der kleine Schwachkopf, knurrte er. Falls er mal aus den Ratschen kippt, hat er dann immerhin gleich die passenden Klamotten an. Seit er klein war, hatte er schon am Herzen, hat Fitzke mal zu Frau Darling gesagt. Deshalb kam er total schnell aus der Puste und dann irgendwann Päng. Untertitelung des ZDF, 2020